Oh mein Gott, komm mit mir, komm mit mir, da ist schon PMC, komm mit mir, komm mit mir. Ciao ragazzi, was geht euch? Es ist gut im Start, aber herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr kennt es bestimmt alle, ihr seid in der Tarkov-Lobby, macht die Gruppensuche an und werdet von irgendwelchen Randoms auf einmal eingeladen. In der Regel lehnt man die Einladungen ab, denn meistens passiert das hier. Allerdings habe ich jetzt gezielt Leute eingeladen, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass das ganze Random-Duo nicht funktioniert. Wie der Raid ausgegangen ist, seht ihr im folgenden Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wenn euch ein Fremder eingeladen hat. Oder habt ihr vielleicht schon mal ein Raid gemacht, wo ihr fremde Leute eingeladen habt? Vergesst nicht den Kanal hier zu abonnieren und lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Und jetzt, let's go. Er ist already in group. Group. Clap my cheeks. In group. Lemon. Suck. Declined. Er hat Bock. Komm, wir gehen rein. Level 42, ne, er war glaube ich auch Level 42, ne? Wir machen jetzt einfach mal random... No. Nicht duos. Oder meint ihr das Licht an der Pistole und an den Klamotten vielleicht, dass die wieder rausgehen? White Name Level 42, der wird's. Aber was machen die Leute denn hier sieben Stunden in der Lobby? Sind die blöd? Foxta Level 2. Ich nehme das jetzt an. Ich nehme das jetzt an. Er hat mich jetzt eingeladen. Bro, ich bin doch dritt, starte doch! Achso, ja, okay. Wir gehen rein, komm. Mit Foxta Level 2. Mal gucken, was passiert jetzt. Glaubt ihr, er killt mich? Okay, es geht los. Okay, jetzt ruhig. Jetzt sehen wir. In wenigen Sekunden. Ob er mich knallt oder nicht. Ich hab Voip an. Ich Voip sofort. Hey, Bro, was poppin? Hey, Mann. Can you hear me? Yeah. You don't kill me, okay? Can we play in team? Yeah, yeah, yeah. I know, I know, I know. Okay. Do you have some quests? Do you need some help? What do you have to do? You speak only English? Yeah, yeah. You, you, where do you come from? Let's kill some people. Oh. Three minutes, go. Do you need Salva? Yeah. Yeah, yeah, komm, komm, komm mit mir. Komm mit mir. Okay, let's go upstairs, upstairs. Okay. Okay, you can check here maybe some Salva's. I think I'm into Medics, right? Wow, if we get him to survive, it would be so epic. I need nothing, man. I need nothing. I'm level 42. Okay. I can help you. I can help you. I can help you. I can help you. Thank you. No Salva. No Salva. No Salva. Hey, take this, take this. Then we have to go out. We have to go out. Ok, now when we go out. Alles gut? Alles gut? Alles gut? Ah, er sieht es nicht. Take this one. Nice. No problem. Wenn wir raus gehen, müssen wir ein bisschen because there are maybe enemies. Okay? Okay, wir haben. Du musst die Scavs töten? Skavs? Skavs, Skav. Kill Scavs? No, no, no. Okay, okay. Ah, ja. Ja, 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 komm mit mir, komm mit mir. Showgun's case. There is a Scav. Do you see him? Red jacket. Alter, ich glaub nicht, dass das wirklich direkt first try hier funktioniert. In front, in front, bro, bro, in front. Yeah, yeah, yeah. No, 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 look, look. Yeah, there, there. Shoot him, shoot him, shoot him, bro. Alter, ich sterb hast. One run, one run. One run, two run, two run. Digger. Okay, bro, bro, come with me. There is a player. Another PMC, okay? Can we kill him? There is a PMC. Come with me. PMC, player. It's a train, train. Do you see him? Do you see him? Do you see him? Maybe I killed him. Come, push, 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 push. Do you see him? Do you see him? Do you see him? Do you see him? It's not a scaph. Do you see him? Do you see him? Ich sag mir nicht, das war ein Scaff, Alter. Alter, er krabbelt einfach unten drunter. Und wo kam der Schuss? Von hinten? Oder von vorn? Let's kill him, let's kill him. Ich nade dir alles zu. Ich würde ihm so gerne Spielerkill geben. Das war ein Shot, das war kein Scaff. Glaube ich. Ich hab nen Bruch. Das ist eher semi gut. Shit. Digga, wieso treffe ich dich? Digga, ich treffe alle. Are you alive, man? Are you alive? Okay, nice, nice, nice. There are some Scaffs, okay? Digga, was ist in Action? Let's kill him, let's kill him! Ich glaub, das ist ein Russ. Ja, Belarus hat er gesagt. No, I have one second. Are you okay? Do you need something healing? No, 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 no. Okay, 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 okay. My, let's, let's see. Okay, okay. It's in action there. Do you want to kill him? Kill him, kill him, kill him. It's a bot, bot. Schieß ihm, no. Do you see him? No, 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 no. Save me, bro! Fuck. Amo. Oh my God, come with me, come with me. There's a PMC, who's a nade. Come with me. Don't die, come with me. Thank you. Come with me. Okay, okay. There's a PMC, who's throw nades. Ich muss ihn einfach die ganze Zeit anschreien, sonst hört er nicht. Ich bin Q, ich bin Cap Washington. Ich habe keinen Plan, was der Laber-Tipps hört. Den bringen wir raus, Leute, den bringen wir raus! Oh, ich bin Cap Armour. Ich habe keinen Plan. Du hast keine Armour, du hast deine zweite Schlange. Oh Gott. Oh Gott, der stirbt. Wo kam die Nate? Ich habe keine mehr. Du hast eine zweite Schlange, Bro. Er geht einfach. Ich muss ihn als Bait benutzen. Oh mein Gott. Du bist okay, buddy? Du bist okay? Du bist okay? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, Bro. Komm mit mir. Komm mit mir. Das war der Sniper-Scap. Oh mein Gott. Das war der Sniper-Scap. Ich brech weg. Er hat mich immer noch im Visier. Das gibt es nicht. Ich habe ihn getroffen. Bro, are you alive? Ach, Digga. Muss ich, muss. Das schaffe ich nicht. Wie soll ich das machen mit der Pistole? Wie soll ich das machen mit der Pistole? Sag es mir. Wie? Alter. Wo rennt er denn hin die ganze Zeit? Oh mein Gott. Geht doch. Ich freue mich. Ich glaube, der Player ist abgehauen. Yo, man. Man. I'm. I'm. Ich bin's. Auf Englisch, Alter. Bro, are you there? Warte mal. Grüner Rauch. Ist der Extracted? Ist der Extracted? Hey man. Der Geier hat mich einfach verkauft. Er ist einfach raus. Er hat nicht mal Danke gesagt. Die Level 2er. Er hat mich komplett verkauft. Digga, juckt ihn auch gar nicht. Nee, da geh ich auch raus. Nee. Muss ich jetzt auch nicht machen, den Player da hinterher zu laufen. Nee. Alles klar. Aber ey, no joke. Wie witzig war das bitte? Es hat wirklich geklappt. Ey, er hat ein paar Skeps geholt. Hat Loot geholt. Alter, richtig geil. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Geiler Shit. Ey, ich hoffe euch hat's gefallen. Ich hoffe euch hat's gefallen. Oh mein Gott, war das witzig. Schade, dass ich den Player nicht geholt habe. Ey, das war ein bisschen, ein bisschen dumm von mir gespielt. Fuck. Aber witzige Runde. Es hat wirklich geklappt. Random Duos. Ladies and Gentlemen. Es funktioniert. Deswegen wurde ich ist oben erwähnt. Einmal kommt der Fuß jetzt junior da mit drüben, Wir können zu klären zugehen, und dann zielle euch den Jungen da hineinge Jabezung annehmen. Und dann weiß ich doch das mal raus. Ich halte das Mal, weil wir das ja gucken annehmen.